Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Ensign-Gebirge V3, wieder mit dem Leo. Hi, Na. Mit dem McMopsy. Hi, Na. Mit dem Patrick. Ah, ja. Ja, hallo. McMopsy, darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Warum hast du eine Kettensäge in der Hand gehabt? Leo, was lachst du denn wieder so hinterlistig? Das kann doch nicht wahrsteigen. Den MB-Trag zerlegen. Nein, musst du nicht. Oh, apropos MB-Trag, danke. Wir haben von Forbidden-Mods jede Menge MB-Trags zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank dafür. Wir gucken uns das ganz kurz an. 900er Turbo, aber hier geht es los. Moment, 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 Moment. Hier, von Unguided. Tausender, Tausend mit Frontdata, Tausend Pflege, 1100, 1100 Frontdata, 1600, 1100 Frontdata, 1800, 1800 Black Beauty. Meiner. Ihr seht es hier, es ist Wahnsinn, 700, 800, 900, 1300, 1300 mit Knicknase, 1500 mit Knicknase. Boah, ich habe bestimmt ein paar ausgelassen. Jetzt alle zu finden auf der Forbidden-Mods-Seite, könnt ihr mal gerne reinschauen. Es sind nicht alle offiziell zum Download. Geht weg von mir. Aber es sind auch ein paar privat und die müsst ihr einfach anfangen bei den Admins dort. Also nochmal, Dankeschön an die Jungs vom Forbidden-Mods. Haben wir noch was mit reingenommen? Jawohl, wir haben nochmal den, oder erstmal jetzt den Ladewagen mit reingenommen von Mengele. Den kennen vielleicht, den anderen von euch. Der ist von Stefan Marus, irgendwie so. Das ist der mit dem Seliermittel und mit den Wechselwannenmessern und mit dem Verstopfen-Gedüns. Wir haben den nächsten Tag bereits, das heißt, das gestern Gesäte müsste jetzt wieder reif sein. Der Leo bringt den Ladewagen weg, hat er gesagt. Und zwei Jungs, das heißt, die Wiese und das McMopsy-Ding kann schon mal in den Dresch verspringen. Und voll in den Weizen gehen. Das ist mir so nicht schlecht. Läuft. Macht das mal weg. Ich bring euch mal einen Hänger. Bitte was? Das ist aber nett. Ja, so bin ich. So bin ich zu euch. Alles gut, wie sehr, fahr vorbei. So, dann haben wir noch zwei weitere Mots mit reingenommen. Und zwar unten rechts sieht man jetzt bei mir. Den Blinker. Ja, der Blinker. Sehr geil. Wirklich eine Spielerei, aber durchaus angenehm, gerade wenn man etwas älterer Traktoren hat, wo das nicht angezeigt wird. Und noch eine andere Sache, die ich wirklich, das finde ich super. So, so. Anhalten. Und dann steigst du aus und es leuchtet einfach alles weiter am Traktor. Der Light-Mod, ne? Genau. Lighting-Mod. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Auch ist sehr zu empfehlen. Einfach, weil es einen Ticken authentischer wird, das Ganze wieder. Weil das alles anbleibt. Patrick, was willst du hier? Ich will mein Schneidwerk abhängen. Nein, du bist falsch. Ich will nur mein Schneidwerk loswerden. Patrick, der Drescher wird noch nicht verkauft. Doch. Ich will nur ein. Du, tut bitte eine Note, ne? Mobsi? Ja. Du weißt, dass Fruchtzerstörung an ist? Ja. Alles klar. Na, wenn dann, ne? Nur Anfänger hier, ohne Witz. Nur mobben, ja. Sag mir bitte nicht, dass dieser... Na, Herzschmerz? Er ist mit Hatcher, ne? Äh, nee, nicht zwingend. Er schreitfix langfällt jetzt. Wie? Was, wie? Wie? Warum haben wir das Geld bekommen? Ich muss mir jetzt mal die Aufnahmen mal kurz angucken. Warum denn? Ich bin mir aber zu 200% sicher, dass der Ladewagen angezeigt worden ist. Oh mein Gott, Leo hat den Trecker... Leo, sag doch einfach, wenn du einen B-Trag haben willst, du musst jetzt das nicht so machen. Ich möchte gerne einen B-Trag haben. Ja, dann kauf dir den doch. Aber trotzdem, äh, war das hundertprozentig der Ladewagen, also hundertprozentig. Ich wundere mich schon, wo die Kohle herkommt, ne? Ah, der Leo, ne? Also, weißt du, das Gewicht hat er lustigerweise nicht verkauft. Komisch, weil das kann er ja noch brauchen. Ich gucke mir auf jeden Fall die Aufnahme gleich an. Leo, willst du mal die Gasflasche in den Mund nehmen und dann einfach mal, äh, weiß ich nicht? Was, was will ich... Hochflieben, hochflieben und Druck ablassen? Ne, will er nicht, okay. Ähm, wir müssen aber gucken, wie es finanziell aussieht. Deswegen kaufe ich dir jetzt ein paar Sachen, Leo. Wie zum Beispiel den hier. Konnt ihr nicht? What? Kann er es nicht kaufen? Ich kaufe den 1300 dann, ne? Mit der Knicknase, den finde ich auch recht hübsch. In schwarz. Hast du den Dings an? Die ich kauft. Ja, schwarz anmachen, bitte, bitte, bitte. Vorbefände auch? Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ähm. Kann nix kaufen, Leo. Aber du vielleicht nicht gerade eben im Shop warst. Vielleicht bist du noch nicht als Admin angemeldet. Das Fahrzeuggerät konnte nicht gekauft werden. Bitte versuch es erneut. Bist du als Admin angemeldet? Natürlich. Geht nicht. Was kaufst du denn? Ja, den Mengen, der wollte ich kaufen. Alter, der ist schon geil, ne? Kannst du mal kurz stehen bleiben, Leo? Alter, ist der geil. Das ist der 1300 mit der Knicknase, ne? Mhm. Wow. Das sieht richtig geil aus. Sehr schönes Gerät. Kann man hier vorne irgendwas aufklappen? Mittlerweile bin ich gewohnt, jetzt alles nachzuschauen. Nein, 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 nein. Das glaube ich, geht bei denen nicht, Leo. Wir haben da schlechte Erfahrungen. Man muss das so sagen. Okay, das läuft. Versuch du mal den zu kaufen, Leo. Ich verstehe zwar nicht, warum das nicht funktioniert, aber ist halt so, wie es ist, ne? So, unser Plan steht, ne? Mit Kühen und so weiter. Kann nicht gekauft werden. Ist so wenig Platz. Ey, da ist doch genug Platz. Ich check es nicht. Ich check es nicht. Lass uns den Pöttinger Todor kaufen. Ey, Moment. Das ist der falsche, glaube ich. Der Mängerle. Das ist ein Wähler. Guck mal, der hat 300.000 Kapazität. Das kann doch nicht sein. Das muss ein Fehler sein. Nimm den, Leo. Boah, der ist geil. Moment. Ja, der gefällt mir. Den nehme ich. Was hast du dir denn vorgestellt? Was willst du mit dem Strom machen? Äh, zu den Kühen. Äh, der ist zu hoch. Lass ihn doch ab. Na, oh mein Gott. Hat er das ganz gewöhnlich gemacht, Gott? Wie soll ich den denn ablassen? Darf ich mal rein, bitte? Verstrecht die Reifen. Wenn du willst, willst du nicht irgendwas Produktives machen? Irgendeinen Anhänger irgendwo hinfahren? Alter, du machst alle nervös hier. Leo, das passt nicht. Guck mal, wie das aussieht. Ist mir egal. Ich fahr jetzt hier. Leo, du musst, lass die linke Maustasse gedrückt und fahr nach links und rechts mit der Maus. Oder nach oben und unten. Du musst die linke Maustasse gedrückt halten. Nee. Nee. Leo, kannst du nichts aufgeben? Das geht einfach nicht. Darf ich dir das zeigen, Leo? So, bevor du da einsteigst, wir werden jetzt mal kurz eine demokratische Abstimmung machen. Was passiert, wenn der Werner das nicht hinkriegt? Ja, bitte, machen wir das. Ja, ich bin jetzt für Vorsteige von Patrick und Sascha. Bitte den Ding, für uns hier einwerfen. Also, ich könnte ja noch so eine Tasse gebrauchen, ne? Okay, ja. Finde ich gut, ja. Werner? Ja, ich will so ein Honey haben übrigens. Ja, so viel Geld hat der Werner jetzt auch nicht. Nein, aber ich nehme auch nochmal eine neue Tasse. Dein Kommentar dazu, Leo? Du hast das aber nicht mit der linken Maustaste gemacht. Du bist ein Stümper. So, jetzt geht es mir besser. Hat nämlich die rechte Maustaste verwendet, der... Fucker, ey. Dem kannst du nichts anfangen, mit dem Typen. Schade. Es tut mir ja leid, aber... Ja. Er hat es hinbekommen. Und es sieht sogar besser aus als vorher. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. So, Leo. Soll ich 50 Kühe kaufen? Äh, wenn das Geld dafür reicht... Ähm, haben wir noch... Ich will ganz kurz was gucken. Haben wir eine Einladungsstation für Stroh? Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, äh... Naja, man könnte es in den Mix-Feeder schmeißen. Man könnte es in den Mix-Feeder... Den Mix-Feeder muss man kaufen. Ne, das steht hier. Gibt es kein... Gibt es kein Bible Objects hier? Nein, 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 nein. Okay. BGA-Silo-Trigger ist aktiv. Läuft. Lass mich kurz... Äh, nee, hier ist nix. Theoretisch müsste man eigentlich... Ah! Moment. Das ist die 6. Nee. Dat, dat und dat. Ich kann sogar das Tablet-Milie öffnen, der Kühe. Läuft. Irgendwie ist hier ein Streifen Raps. Ja, ich... Das war der Patrick, ich weiß nicht. Genau. Okay. Captain Inkompetenz. He! Captain Blue Screen wird Leo genannt. Ich bin ja auch nicht von Leo. Alles klar! Mal gucken. Weizen, Kerste, Raps? Nee, hier ist es nicht. Alter, es wird ne Hoftour hier. Hier ist es auch nicht. Ich... Ich kenn die Map zu wenig, muss ich ehrlich sagen. GTS oder wie machst du, Patrick? Ja, aber ich hab keine Linie, mir wird nix angezeigt. Kein Problem. Echt? Ja, sofort. Ich sehe jetzt keine Ladestation für irgendwelche Sachen, Leo. Das ist kein Problem. Ich... Kauf du deine Kühe, so viel wie geht. Okay. Und, ähm... Dann schmeiß ich hier ein bisschen was an Stroh rein und der Rest kommt halt beim Mix wieder hinein. Hinten. Hinein. Äh. Wie geht sich das aus? 50. Haben wir. Wir haben kein LML Hub drin, ne? Brauchen wir das zwingend? Hm. Wir können es auch weglassen. Wie ist das so Wumpe? So, die Kühe laufen schon mal rum. Das ist sehr gut. Alter, die haben es schon schön hier, ne? Hab ich auch vor eins gespeichert. Mix wieder läuft. Ähm, Leo. Ich mache dir auch den Stall hier auf. Da kannst du auch ein bisschen... Wie läuft denn das hier eigentlich? Musst du mal gucken, wo du Stroh abladen kannst. Dass zumindest ein bisschen was in den Mix wiederkommt und ein bisschen was als Einstreu für die Kühe. Ja, das Einstreu ist ja wichtiger. Ja, für Mist natürlich. Aber für den Mix-Fielder ist er auch. Für Mischfutter und abgänglich. So, Jungs. Läuft bei euch ja, ne? Jo. Weil der Streifen noch abzunerbt ein bisschen, aber... Okay. Ja, den mache ich dann weg. Vielleicht. Hm? Was? Macht er nicht. Macht er nicht. Hast du recht. Macht er nicht. Ist irgendwer von euch voll? Ne, lass mal gucken. Ich habe doch jetzt einen wunderbaren Glanes-Mod. Äh, McMopsy 21, die Wiese 21. Ja, läuft eigentlich. Ich fahre mal neben euch her. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Könnte man jetzt in den Betakohlen, ne? Also, nur zur Info, Leo. 12.000 haben wir noch. Mhm. Ähm, ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir wieder an Geld kommen, ne? Wobei wir jetzt einen größeren Ladewagen haben. Wir haben, ähm, einen größeren Trecker. Und 50 Kühe. Wollen wir das Weizen hier einlagern, oder willst du das verkauft haben? Lagern. Schon, ne? Ich hätte ja auch gedacht. Ähm, so. Okay, ganz kurz. Bei der Mix-Fielder steht direkt an einem Kuhstall, ne? Direkt dran, ja. Ich fahre ganz kurz den Trecker wechseln, weil das geht gar nicht. Wenn wir jetzt schon größere, äh, Maschinen auf, Dinge haben, die nur rumstehen, dann können wir die auch verwenden. Ähm, natürlich hat der Leo jetzt, ähm, nicht absichtlich, ne, das möchte ich ja nicht unterstellen, ne? Aber, äh, wir haben jetzt nur noch einen Frontalder. Werde auf jeden Fall, äh, nochmal die Aufnahme prüfen, weil ich bin mir, wie gesagt, hundertprozentig sicher, dass das, das Bild von dem Ladewagen da war. Hast du, ich hab ne andere Frage. Hast du, ähm, den angehängt gehabt an den, äh, Trecker? Naja, ja. Oder hast du abgehangen? Ne, hatte ich angehangen. Okay. Aber das ist ja, dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich weiß nicht, ihr wollt noch fragen. Aber viel schlimmer ist, ich kann das nicht einstreuen. Ähm, das gibt bestimmt irgendeine Türe, die du aufmachen musst und da reinfahren musst. Ach so, so meinst du, dass man nicht bei dem Futter, nicht bei dem Futter links? Nein, 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 nein. Hm, was haben wir denn hier? Bro ist ja nicht, ich streue jetzt ja kein Futter in dem Sinn. Die du das Unterlager, damit du Mist bekommst. Wir könnten probieren, Dark-Wertsein zu fahren, aber das ist schon... Joa. Leicht ist anders. Hat doch keiner gesagt, dass leicht wird, ne? Ja gut, ich hab noch ein paar Minuten Zeit. Wollen du von mir? Der richtige Satz wäre gewesen, hätt mich nicht. Ich bin sensibel. Nee, den hab ich mittlerweile abgewöhnt. Okay. Ist zu lang. Ja, du musst nur sagen, wie du fährst. Ja, nach vorne. Danke, danke, danke. Könntest du da kurz stehen, bitte? Ich hab einen kritischen Fehler entdeckt. Welchen denn? Der MB-Trags fahren rückwärts nicht mit dem Tempomaten. Ja, dann musst du halt so machen. Ja. Werner? Ja? Ich tu das Licht, Warnblinker und Rundumleuchte an. Was? Was hab ich? Licht, Warnblinker und Rundumleuchte bei mir. Ich hab gar nichts an. Natürlich. Ich hab gar nichts an, ohne Witz. Ja, aber 100. Warnblinker. Guck dir da mal, oh bla, guck dir mal die Aufnahme an. Ich hab wirklich, was ist jetzt? Moment, ich mach alles an. Das, das und das. Was hab ich jetzt? Alles an. Läuft. Der Mod ist großartig, Leo. Hä? Was kann ich dafür, wenn du jetzt alles an hast? Ich hab aber nichts an. Jetzt ist alles aus. Jetzt ist alles aus, richtig. Es passt wieder, ich hab nichts gesagt. Ja. Weiter geht's. Ohne Witz, ne? Ach, dieser Werner. Ach, Leo. Werner, dein Plan mit dem Anstreuen funktioniert einfach nicht. Ja. Äh, lass mich kurz rein, ich komm vorbei. Mach dich raus, dass die... Ah, okay. Ich bin schon raus. Wenn es stimmt, meine Tasse nehme ich immer noch. Nein, nein. Schade. Boah, ist der fett. Vielleicht von dieser Seite? Ist er hier mal durchgefahren? Ja, ne? Okay. Ich frag ja nur. Boah, ist der... Alter, der in Peter, den nehme ich mir gleich mit, Leo. Nee. Alter, der ist geil. Was hat ein Werner gemacht? Abgefahren hat er, ne? Ich hab angefangen abzufahren, ja. Abgehoben ist er, ja. Was? Nein. Doch, doch, Werner. Nein. Doch, doch. Die redet mir das immer nur ein. Nee, nee. Eigentlich kann die gar nichts für. Hm, doch. Eigentlich schon. So. Also, bei mir ist alles aus. Ich weiß nicht, was du möchtest von mir, Werner. Ist okay. Ich weiß noch nicht, wo das Gedöns reinkommt hier. Das weiß ich nicht. Ich bin den Gedöns, Maier. Danke. Danke, Patrick. Bitte. Ich helfe mal wieder gerne. Glaube fast. Hoppla. Das sieht zwar jetzt richtig kacke aus, was ich hier mache, aber es nützt nix. Leo? Was möchten Sie, Herr Bernersens? Ich glaube fast, dass wir das anders machen müssen hier. Ich gucke mir dann nach der Aufnahme noch ein paar Videos dazu an, aber... Sascha, du kannst Hexler ruhig ausmachen hinten. Ja. Jetzt bin gerade eben der Sopp gefallen. So ist das ja noch. Ich versuche jetzt noch eine Variante, was zwar Quatsch ist, aber ich versuche es trotzdem. War ja gerne im B-Tag. Ist ja nicht so. So. Kommt man hier rein? Nein, kommen wir nicht. Okay. Aber wir können hier vorne rein und dann können wir rückgängig in den Stall reinfahren. Hier ist offen. Läuft. Läuft, 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 läuft. Wollen wir in der nächsten Folge... Achso. Ah gut. Alles gut. Ich habe nichts gesagt. Ich glaube, der Ladewagen ist zu groß für seinen Stall. Jo, genau so ist es auch. Nee. Geht nicht, Leo, geht nicht. Ja, guck einfach gleich mal nach, wo man das hin macht. Ja. Ich lade das jetzt hier mal noch ab, das Stroh in den Mix wieder. Ich könnte theoretisch hinterm Haus noch ein bisschen Gas zusammensammeln. Weil da hat dich mal vor Ewigkeiten gemäht. Können wir uns auch theoretisch mal rausfinden, wo man der Stroh zu den Kühen bringt. Ja. Wie war es haltet ihr denn mit dem Dreschen? Vielleicht fertig bei dem einen Feld. Gut, sag dir Bescheid, dann nehmen wir das als Anhaltspunkt zur Beendigung der Folge. Und dann in der Pause teste ich das gleich oder werde ich das gleich rausfinden, Mr. Leo. Ah, Junge. Ja. Machst du die letzte Bahn? Sie? Der letzte macht dich sauf, ne? Richtig. Er hat er mit allem anderen die Gegend gerollt. Leo, geht? Was, was geht? Oder bleibt da noch was über? Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Ja oder nein? Du hast ausgesehen, dass du wieder extrem beschwommen bist hier, um die Kurve herum. Nein, aber willst du mir nochmal sagen, wo jetzt hier unser Lager ist? Ja, da wurde das Foto, ah, nicht das Foto, das, ähm, zwischen unserer Sämaschinen-Garage und dem Stall. Genau dazwischen. Also hier, da, wo das großartige Foto war, oder nicht? Nee, nee. Also dieses Foto hier. Weiter hinten, weiter hinten, weiter hinten, weiter hinten. Oh, Leo, wo bleibst du? Immer noch da am Hof. Immer noch am Suchen, wo man hier das Zeug ausgibt. Ach da, hier vielleicht. Ja, haha. Echt, jetzt kommt das so da rein? Darfst du, Leo? Nee. Nee, warum nicht? Weil es minimal eng ist, Werner. Okay. Patrick! Stopp! Stopp! Make your way! Sieht schon schick aus, ne? Ist geil, ne? Hat da vor allen Fällen was, ja? Ja. Werner? Ja? Wirst du mit GPS? Nein. Möchtest du mit GPS fahren? Nein. Kannst du mich jetzt verstehen, Patrick? Ja. Ja, ja, ja. Ich meine, sonst hätte er sicher den Kurs klauen können. Das wäre ja alles einfacher gewesen. Na ja. Sag mal so, ne? Wenn man's kann, dann kann man's. Eigenloch stinkt, ja, ne? Ja, es geht noch, geht noch. Mhm. Ähm. Ähm, wir sind aber für die heutige Folge wieder fertig. Wenn's euch gefallen hat, einen Daumen nach oben lassen, würde uns sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge auf der Anthem Gebirge. Bis dahin, macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.